Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Es ist Freitag, heute ist der 29.03.2024. Ich habe einen Kaffee, ebenso wie der Pepe da, mit Milchschaum aus Mandelmilch. Lecker! Ja, das Wochenende fängt an. Heute ist Feiertag. Heute wird übrigens nicht getanzt. Ich weiß gar nicht, inwiefern in Berlin oder anderen Großstädten Partys in Clubs dann gar nicht stattfinden können. Aber der Mythos ist ja, glaube ich, echt, dass man ein Tanzverbot hat. Aber ob sich da wirklich alle dran halten, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ja, es ist Freitag, nachdem ich gestern schon einen freien Tag hatte und jetzt meinen neuen Reisepass habe, der auch ein bisschen kleiner ist, glaube ich, und nicht mehr so Pappe außen drumherum. Und meinen neuen Ausweis habe ich auch geholt gestern. Habe ich gestern zwei Streams geschafft. Einmal Banishers drei Stunden und einmal drei Stunden kurde vor. Das war schön. Habe gestern Abend noch Serien geguckt. Serien beendet. Three-Body-Problem war gut, aber haben sie natürlich so beendet, dass sie noch überlegen können, ob sie noch eine zweite Staffel machen oder nicht. Ja, klar. Ja, habe gut geschlafen, habe heute schon mein Sportprogramm gemacht, habe schon alles vorbereitet für Frühstück. Ich muss eigentlich nur ins Wohnzimmer flitzen mit meinem Kaffee, vielleicht nicht ganz so schnell. Und dann was frühstücken, noch ein bisschen Streams gucken und dann selber um 12 Uhr komme ich ins Streamen. Heute mit Baldur Skate 3 bis 18 Uhr ist der Plan. Mal gucken, ob ich es so lange durchhalte, aber ich denke schon, sollte klappen. Im Ofen ist eine Eierschecke. Habe ich auch schon gemacht. Ich bin heute irgendwann um 8.30 Uhr, glaube ich, wach geworden. Habe eine Eierschecke im Ofen. Die backt jetzt noch bis kurz vor 12. Und dann habe ich sozusagen den Plan, den ich gestern, glaube ich, geäußert hatte im Vlog, Cupcakes zu kaufen, verworfen und dachte mir so, Eierschecke passt doch wunderbar. Spidey, bist du da? Ja. Passt doch wunderbar zur Osterzeit. Da sind sieben Eier drin in dieser Schecke. Jo, heute gibt es sonst noch. Es wird durchgestriemt das ganze Wochenende. Die Mama ist auf dem Weg nach Güstrow. Die sind da bis Sonntag und kommen dann nach Berlin am Sonntag. Haben da eine schöne Zeit. Wettertechnisch wird es ja ganz gut. Gut, heute ist noch Grau und Grau und Regen. Grau in Grau. Gestern hat es auch ein bisschen geregnet und gestürmt hier und da, aber das passt schon. Jo, gut. Mehr habe ich nicht. Wir gucken heute einen Film. Poor Things auf Disney Plus ist der inklusive. Ansonsten kriegst du ihn für 5 Euro in den gängigen Streamingportalen. Ich bin gespannt. Ein Film, der 3 Oscars gewonnen hat und im Groben geht es darum, dass ein verrückter Wissenschaftler eine verstorbene Frau wiederbelebt und die aber ein bisschen komisch wirkt, weil der Körper nicht so leicht zu steuern und so elegant zu steuern ist anscheinend wie vor ihrem Tod. Ich weiß gar nicht, ob sie sich selber ihrer bewusst ist oder so. Das werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt darauf, freue ich mich heute Abend auf den Film. Und bis dahin, wie gesagt, wird ein bisschen, weiß ich nicht, 2, 3 Meter in Baldur's Gate gezockt. Gut, ich wünsche euch was. Habt einen schönen Karfreitag. Kommt gut durch den Tag. Und vielleicht bis nachher im Stream. Und ansonsten bis morgen beim nächsten täglichen Vlog. Irgendwann morgen Vormittag. Frohe Ostern. Sagt man das jetzt schon? Das sagt man am Sonntag erst, oder? Schönes Osterwochenende. Ich korrigiere. Schönes Osterwochenende. Bis dann. Tschüss. lassen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020